Musik Eine große. Nicht nur, dass die gesamte Gesundheitswirtschaft dort viel nachzuholen hat, sondern es geht auch um Versorgungsstrukturen, es geht um Vereinfachung, Prozesse zu vereinfachen. Und das bedeutet, dass man die Chancen, die sich jetzt durch die digitale Modellregion in Gelsenkirchen ergeben, auch nutzen muss. Musik Wir sind heute das größte ambulante Gesundheitszentrum Europas. Und wir wollen auch in Zukunft die Nummer 1 sein. Wir wollen die erste Adresse sein. Das heißt, dass wir unser Angebot ausbauen wollen und werden. Und werden ganz besonders darauf achten, dass wir die Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Musik Hier hautnah, wie jeder, der hier lebt und wohnt, das ist, was die gesamte Region prägt. Was natürlich auch Einfluss hat auf die gesamten, nicht nur die Zukunft, sondern natürlich, wenn man vergangenheitsbezogen sich das ansieht, hat keine Region einen solchen Strukturwandel hinter sich wie wir. Heißt aber auch nicht lamentieren, sondern jetzt agieren, handeln, die richtigen Schritte in Bewegung setzen und auch wirklich die Chancen, die sich ergeben, nutzen. Musik Wir sind eingebettet in den Arena-Park mit Schalke 04, mit verschiedenen anderen, mit Restaurants, mit Schule und, und, und. Und natürlich in dem Zusammenhang haben wir eine wunderbare zentrale Lage durch drei Autobahnen, die uns verbinden. Das spielt eine große Rolle und auch da wird das Thema digitale Modellregionen wichtig, wenn man das an diesem Punkt verortet. Musik In erster Linie ist das natürlich meine Familie und danach kommt dann die ein oder andere Lokalität, wie das Vitali oder Villa Italia. Da gibt es schöne Plätze in Buhr und da bin ich gerne. Musik 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 Musik